Moin Moin Seacross Freunde, willkommen zu dieser Flaschenpost für den Test 0615. World of Warships hat heute auf ihrer Seite angekündigt, dass der öffentliche Test 0615 stattfinden wird vom 7. Dezember bis 11. Dezember von 17.30 Uhr bis 14.00 Uhr und wir möchten euch ganz gerne einmal kurz vorstellen, was es für Neuigkeiten gibt. Die sind nicht ganz ohne. Es wird das Unternehmen Nagy vorgestellt. In dem Unternehmen Nagy werden Stufe 7 Schiffe teilnehmen können. Das Unternehmen besteht aus zwei Aufgaben. Durchbrecht eine gut geschützte feindliche Verteidigungslinie nähert euch der feindlichen Basis und unterstützt eure Truppen bei der Landung durch das Zerstören von gegnerischen Schiffen. Unternehmen kann auf zwei Arten abgeschlossen werden. Verteidig verbündete Truppen bis ihre Landung erfolgreich abgeschlossen ist oder zerstört alle feindlichen Kriegsschiffe. Eure Wahl sollte sich nach Aufstellung und Spielweise des Teams richten. Coole Idee. Bin ich mal gespannt. Das ist das erste Mal, dass man zwei verschiedene Möglichkeiten hat. eine solche Unternehmen abzuschließen. Ich glaube, die anderen Missionen, da musste man immer diese bestimmte Mission erfüllen, diese festen Aufgaben, die man da hat, diese 5 um 5 Sterne zu bekommen. Wenn hier zwei verschiedene Varianten drin sind, ist das das erste Mal. Ja, Unternehmen Nagy. Das können wir dazu sagen. Hier oben ist schon mal so eine kleine Karte zu sehen. Erinnert mich jetzt nicht an eine bestimmte Karte, die wir schon kennen. So, kommen wir zum nächsten Punkt und das wird ganz viele Leute da draußen freuen. Wir hatten das ja schon mal veröffentlicht, dass der Hamburger Hafen demnächst ins Spiel integriert wird und mit dem Patch 0615 wird der Hamburger Hafen auf dem Testserver einlaufen. Mit 0615 kommt ein Hafen namens Hamburg, der für alle Spieler nach dem Update standardmäßig ausgewählt ist. Der Hafen stellt einige historische Bilder zur Schau. Es wird außerdem zur Hafenübersicht hinzugefügt. Also, hier kann man schon mal ganz gut sehen, wer aus der Hamburger Region kommt oder in Hamburg schon mal war. Die alten Landungsbrücken sind da, der Michel ist da zu sehen, die Speicherstadt hier an der Seite, also viele historische Sachen. Sogar den U-Bahn-Bereich, also die U-Bahn fährt hier oberirdisch in dem Bereich, da ich in der Region von Hamburg wohne, weiß ich das. Und hier hat man noch mal einen Blick von hinten. Hier vorne ist das die Queen Mary, glaube ich, soll das darstellen. Also, es kommt echt Atmosphäre auf, sogar die Innenalster kann man sehen hier in dem Bereich. Ja, also ich freue mich darauf, sehr sehr sogar, wenn man um die Ecke wohnt, ist es ganz klar. So, kommen wir zum nächsten Punkt, neue Feldzüge und Sammlungen. Mit dem Update kommen zwei neue Feldzüge. Das Seegefecht vor dem Nordkap ist der gleichnamigen historischen Auseinandersetzung vom 26. Dezember 1943 gewidmet, die Teil des Arktikfeldzugs war. Es war das letzte Gefecht, das mit mächtigen Geschützen ausgerüsteten Großkampfschiffen, das zwischen Großbritannien und Deutschland ausgetragen wurde. Also, letzte Gefecht mit Großkampfschiffen, mit großen Geschützen, zwischen Großbritannien und Deutschland. Jeder Auftrag dieses Feldzugs besteht in Bezug zu bestimmten Phasen der Schlacht. Das hatten wir ja schon, auch zum Beispiel bei der Dünnkirchensammlung und so. Da gab es halt auch immer diese Phasen, die man da durchlaufen konnte und dann so ein bisschen der Vergangenheit nachempfunden war. Der zweite Feldzug ist der Neujahrsfeuer gewidmet. Spieler erhalten für den Abschluss von beiden Feldzügen verschiedene Gegenstände der neuen Sammlung, die von dem Seegefecht vor dem Nordkap inspiriert wurde. Die Gegenstände umfassen Schiffsteile, Fotografien, Abzeichen und Wappen. Die Aufträge werden im öffentlichen Test erheblich leichter dargestellt sein und das wurde gemacht, um den Fortschritt durch den Feldzug zu erleichtern und Belohnungen zugänglicher zu machen. Betrachtet zudem, dass die Belohnungen auf dem öffentlichen Test nicht denen auf dem Live-Server entsprechen. Okay, das heißt, wir kommen zwar schneller durch diese Etappen durch, aber es muss nicht sein, dass diese Belohnungen, die da angezeigt werden, auf dem Live-Server die Belohnungen sein werden. Ich gehe auch nicht davon aus, dass das so ist, weil es ist ein Weihnachtsfeldzug und ihr kennt World of Warships und ihr kennt Wargaming. Da werden sicherlich die ein oder anderen Überraschungen noch auf uns warten, die jetzt über die Weihnachtszeit und Neujahrszeit ausgeschüttet werden oder erspielbar sein werden. Guckt euch die Vampire-Mission an, die gerade erst vor kurzem initialisiert wurde. Und jetzt habe ich hier unten schon aufgedeckt, der nächste Punkt, der kommt, sind Neujahrs-Signalhörner. Und die sind unendlich geil. Also, das neue Jahr nähert sich unaufhaltsam. Es gibt einen besseren Weg als 2018, mit einzigartigen Signalhörnern einzuleuten. Allen Schiffen im Spiel wird es möglich sein, ihr eigenes, ganz eigenes Signalton ertönen zu lassen. Jedes Mal, wenn ein Signalton gegeben wird, Standardtaste ist N, wird ein Teil der maximalen Signaldauer verbraucht. Ihr habt vier Sekunden Signaldauer. Die Signaldauer beginnt sich, 15 Sekunden nach der Signalabgabe wieder zu regenerieren. Es ist nicht zwingend notwendig, alle volle vier Sekunden das Signalhorn ertönen zu lassen. Das Signal kann in kürzeren Abschnitten unterteilt werden. Die volle Regenerationszeit des Signalhorns kann deswegen bis zu 45 Sekunden dauern. Das heißt, nach fünften Sekunden, also man verbraucht das Signalhorn vier Sekunden lang, fünften Sekunden danach fängt sich die Regenerationsphase an und nach 45 Sekunden ist das Signalhorn dann wieder voll aufgelandet. Das heißt, im schlimmsten Fall, wenn man vier Sekunden ausgenutzt hat, ist es eine Minute lang nicht möglich zu whoopen, sozusagen. Finde ich aber ganz gut. So hat man nicht immer nachher die ganzen Leute, die dann permanent aufs Signalhorn tuten und draufdrücken. Das kann ja damit der Zeit auch nerven. So, jetzt geht es noch weiter. Jeder Schiffstyp hat einen einzigenartigen Signalton. Die Lautstärke des Horns hängt von der Entfernung des anderen Schiffes ab. Am lautesten ist es bei 1 bis 2 Kilometern, am leisesten auf eine Entfernung von 5 bis 6 Kilometern. Ihr könnt die Schiffssignale von feindlichen Hörnern hören, wenn diese durch euch oder Verbündeten aufgeklärt wurden. Das heißt, das Schiff ist sichtbar und ihr dann hupt, seid ihr auch hörbar für die anderen. Ja, so kann man das darstellen. Ist das Schiff nicht aufgeklärt, werdet ihr das Horn auch nicht hören. Ist nicht ganz realistisch, aber okay. Die Fernglasansicht hat ebenfalls Auswirkungen auf die Lautstärke des Signalhorns. Viel Spaß. Jetzt wollt ihr bestimmt mal hören, wie sich das anhört. Ich klicke mal rauf, haltet die Ohren fest. Musik 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 so und jetzt kommt noch der dritte teil der erst sogar mit ein bisschen atmosphäre so und was könnt ihr dabei verdienen ihr nehmt am test teil ihr könnt die ganzen sachen spielen die wir euch eben gerade gezeigt haben für ihr bekommt drei signale jeden typs auf euer echtes konto wenn ihr ein zufälls oder koop gefecht spielt sammelt alle gegenstände zum neuen sammel event und haltet einen tag premium spielzeit schließt den schließt den duke feldzug im öffentlichen test server ab und halte zehnmal typ sechs tarnung das ist das was ihr nicht in diesem test server haltet sondern dann auf dem live server das ist eure belohnung dafür wird das unternehmen auch mit fünf sternen bei nagy abgeschlossen gibt es dann noch mal hydra wehwan oboros süd rache wehwan oboros hydra und roter drache ja hier sind hier ist alles noch mal genau aufgeschlüsselt was ihr erhaltet wenn ihr am test server teilnehmen und eine anleitung findet ihr auch auf der seite von wargaming ja dann danke ich euch recht herzlich für die für eure ohren und augen und ich sage es einfach mal viel spaß wir sehen uns auf dem test server wir sehen uns in den spielen bis zum nächsten bis zur nächsten fashion post bis zum nächsten livestream oder replay vergesst hat liken und abonnieren nicht und haut rein